Hallo, mein Name ist Laurin und in diesem Video geht es um den Vergleich der ScanCrip Nova R mit der Nova 3K C++ R. Die aktuellsten Preise der Lampen und täglich neue Angebote findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls du wiederum die Reviews der Lampen sehen möchtest, werde ich diese noch einmal unten in der Infobox verlinken. So und für alle anderen geht es nämlich jetzt los. Der markanteste Unterschied der beiden Lampen sind hierbei offensichtlich die Maße, denn die Nova 3K C++ R ist hierbei eine ganze Ecke größer als die Nova R. Demzufolge bringt diese auch mehr auf die Waage und zwar wiegt das größere Modell ungefähr 1,5 Kilogramm mehr. Von den verwendeten Materialien und der Haptik nehmen sich die beiden Modelle gegenseitig nichts, wobei die Nova 3K auf der Oberseite einen Handgriff für den besseren Tragekomfort besitzt. Beide Geräte sind zudem durch die dicken Gummiumantelungen IK07 und IP67 verifiziert, also gegen Stürze bzw. Schläge bis zu 2 Joule geschützt und gegen Wasser bzw. Staub dicht. Auf der Rückseite befinden sich die Stativfüße, welche 180 Grad schwenkbar sind und ebenfalls durch die Stativbohrung auf einem Stativ montiert werden können. Die Nova R kann hierbei weiterhin durch ihre Kompaktheit punkten, da sich das Gerät komfortabel mit einer Hand halten lässt und durch die integrierten Magnete an metallischen Oberflächen bzw. Gegenständen sauber haften bleibt. Da die Nova 3K wesentlich größer ist, ist demzufolge auch mehr Platz für die LED-Anzeigen auf der Rückseite verfügbar. Die 3K besitzt nämlich Anzeigen, welche sich jeweils in 10%-Stufen steigern und kann dadurch die Leuchtdauer bzw. den Akkustand somit besser und genauer angeben. Geladen wird die 3K über ein mitgeliefertes Netzteil, welches zudem über eine Akkustand-LED verfügt. Durch diese ist noch einmal erkennbar, wann genau der Akku zu 100% voll geladen ist. Das Positive an der Nova R ist hierbei, dass diese über ein normales 5V-USB-Netzteil geladen und für andere Mobilgeräte als Powerbank genutzt werden kann. Somit ist man im Vergleich zur Nova 3K wesentlich flexibler. Da die Nova 3K hingegen einen leistungsstärkeren Akku besitzt, kommt diese auf maximal 14 Stunden, wobei der Nova R bei ca. 10 Stunden der Saft ausgeht. Weiterhin ist hierbei in der Nova 3K ein verhältnismäßig größerer COB-LED-Chip verbaut, was dementsprechend mehr Helligkeit bedeutet. Die Nova R schafft dabei maximal 1500 Lumen auf 100%, wobei die Nova 3K ohne Probleme das Doppelte, also 3000 Lumen aufbringt. Alle restlichen Komponenten der beiden Lampen sind hierbei identisch, wobei wie gesagt bloß die Größe variiert. Unterm Strich kann man sagen, dass wenn man eher einen kleinen, kompakten und äußerst flexiblen Baustrahler benötigt, man definitiv zur Nova R greifen sollte. Alle die ein etwas größeres Gerät mit mehr Leistung haben wollen und mit dem sie ebenfalls trotzdem noch flexibel sind, sind hingegen mit der Nova 3K C++ eher besser bedient. Somit war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video, falls es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like bzw. Abo freuen. Ansonsten vielen Dank an alle, die den Kanal am Laufen halten, indem sie über meinen Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen, allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.